Wenn das Ding rauskommt, das wird ein Donnerschlag. Die Leute wollen seine Stücke nicht. Sein letztes hieß Zombizelle, die Seuche des Chauvinismus. Alle Plätze leer. Ja, dem geht's halt nicht um den Erfolg, dem geht's um die Sache. In einer Zeit, in der Habgier und Stumpfsinn herrschen, in einem Theater, das auf den Abriss wartet, glaubt ein Mann, dass sein neues Musical die Welt verändern wird. Gabi Dutschke, Schwester im Schatten. So ein bisschen wie Evita, nur eben ohne Madonna, aber mitten in West-Berlin. Doch finstere Mächte haben sich gegen die Kunst verschworen. Ich will das Theater am Kudernbrennen sehen. Ich will mein Casino! Zieht mal eure Kackstelzen ein, ihr Kalkleisten. Morgen früh um neun seid ihr hier raus, kapiert? Ups. Als bereits alles verloren scheint, geschieht das Unglaubliche. Nele, was zur Hölle war das? Alle Wetter, Untertasten am Kudamm! Und eine neue Zeit für Helden bricht an. Ich frag's jetzt ganz direkt. Wollen Sie die Titelrolle in meinem Musical spielen? Ja! Ja! Frei nach dem Welterfolg, das Wunder in der 8. Straße von Steven Spielberg. Mit Musik von Paul Linke, Friedrich Holländer, Johnny Cash, Franz Schubert, Ramstein, John Williams und Nico Weidemann. Und der Stimme von Josef Ader. Was macht's als nächstes aus der Nationalgalerie einem Biosupermarkt? Machen Sie sich bereit für eine abenteuerliche Geschichte über große Träume, wahre Künstler und die Hoffnung, die zuletzt stirbt. Das Wunder vom Kudamm. Nur bis 6. Mai im Theater am Kurfürstendamm. Das Wunder vom Kudamm.